Willkommen zu einem neuen Essensvideo. Moin moin oder gute Nacht oder wie auch immer. Wir haben jetzt glaube ich gleich halb vier oder so. Keine Ahnung, ich habe mir jetzt einen kleinen Snack gemacht. Und zwar ist es ein Kartoffelbrot mit Landschenken, poschierten Ei, Peperoni eingelegten Peperonis. Auf dem Ei ist Salz, Pfeffer und ein bisschen Paprika. Das ganze Ei wurde jetzt genau vier Minuten poschiert und jetzt schauen wir uns mal an, ob mir das poschierte Ei gelungen ist oder nicht. Also von der Konsistenz her würde ich sagen, es ist schön wachsreich, würde ich sagen. So, schauen wir uns das Eichen mal an. Hat man das gesehen? Das ist richtig rausgespritzt. Richtig geil, schönes Eigelb, schönes poschierte Ei mit eingelegten Peperoni, Landschenken, Bisschen Ei dazu. Jetzt sieht man auch noch mal, ups, wenn es nicht runterfallen würde. So, ja, ist leider runtergefallen. Aber man sieht, es ist schön noch flüssig in der Mitte. So. So, da wünsche ich euch guten Hunger. Wenn ihr Mitternachtssnack noch wollt, hier macht das Ei fett runter. Hätte ich wahrscheinlich doch mit einem Stativ machen sollen. Das Ei Das Ei Butterzart wachsreich Die eingelegten Peperoni passend da wunderbar dazu nicht zu scharf Mega lecker Dank fürs Zuschauen.